Baumaster. Bauprojekte vernetzt managen. Von PASIT Software. Mit Baumaster wird das Protokollieren und Dokumentieren von Bauprozessen zur einfachen Aufgabe. Mit der Software aus Oberösterreich können Bauleiterinnen, Architektinnen, ausführende Firmen und Sachverständige, alle beteiligten Akteurinnen, vernetzt arbeiten und so gemeinsam Projekte ohne Informations- und Zeitverlust abwickeln. Die App für Tablet, Smartphone und PC ermöglicht Klein- und Mittelbetrieben einen leichten Einstieg in die Digitalisierung ohne großen Aufwand oder Kosten. Digido. Die neutrale Austauschplattform für Transportdaten. Von Digido. Bau- und Transportbranche produzieren Millionen von Papierlieferscheinen. Das ist teuer und ineffizient. Die ARA Servicegruppe bietet mit Digido eine digitale Plattform zum effizienten Austausch von Transportdaten. Der neue, branchenübergreifende Industriestandard verspricht Zeit- und Kostenersparnis, geringere Fehlerquoten und eine hohe Datensicherheit. In der Startphase liegt der Fokus auf Abfall-, Transport- und Bauwirtschaft, Verwertern sowie auf Behörden und Gemeinden. DAW 2 VR. Virtual Reality im Service Management. Von DAW 2 Solution. Eine Grundlage für Industrie 4.0 ist die Visualisierung von Maschinen und Anlagen. DAW 2 Solution konzipiert, entwickelt und setzt VR-Umgebungen in Form von Showrooms für Anwendungen im Marketing und Vertrieb sowie interaktive Ersatzteilkataloge um. Über Browser-Technologie können Nutzerinnen Maschinen oder Produkte ansehen, diese in ihre Bestandteile zerlegen oder konfigurieren. Weiterführende Informationen zu Komponenten sind mit der VR-Lösung einfach hinterlegt und darstellbar. INS Hardware Independent Augmented Reality Indoor Navigation von INS Insider Navigation Systems und Volkswagen Diese Lösung für Indoor Navigation und Augmented Reality auf mobilen Geräten kommt ohne zusätzliche Hardware aus. Volkswagen setzt das System teilweise in Fabrikshallen für die Routensteuerung von Gabelstaplern für Wartungsarbeiten oder Asset-Tracking ein. Anwenderinnen können sich mit der Technologie in jedem Gebäude selbstständig orientieren und an festgelegten Punkten auch mit Visualisierungen interagieren. Beispielsweise, um weitergehende Prozesse anzusteuern. Inside LMS – Digitales Materialmanagement im Großanlagenbau von Inside IT Die moderne Baumanagement-Software Inside LMS liefert Logistik und Materialdaten in allen Bauprozessen. Von der Produktion über die Anlieferung, Lagerung auf der Baustelle bis hin zu bereits verbauten Materialien. Über die Cloud-Lösung des Linzer Unternehmens können die Beteiligten Lieferungen optimieren und Stehzeiten vermeiden. Sie sehen Materiallieferungen früher und können rasch auf Mängel reagieren. Das Tracking der Materialien erfolgt über GPS oder RFID und wird auf der Baustelle über Tablets eingelesen. Smart & Cool – Das Kühlregal der Zukunft zur Digitalisierung am Point of Sale Von Trinitec IT Solutions, IoT 40 Systems und Hauser Kühlmöbel Die Kärntner Ideenschmiede Trinitec und IoT 40 Systems bauen an der Revolution des Kühlregals. Gemeinsam mit dem oberösterreichischen Hersteller für gewerbliche Kühlmöbel, Hauser, werden diese Geräte nun digitalisiert. Mit Sensoren ausgestattete Regale erkennen Kundinnen nach Alter und Geschlecht, registrieren Warenzugriffe und Rückgaben und können gezielt auf Waren und Angebote visuell aufmerksam machen. Kombiniert mit Datenanalysen eröffnen sich so völlig neue Wege der Verkaufsautomatisierung.